ok können wir jetzt doch nicht ok wahrscheinlich wahrscheinlich weil sie in aufruhr sind nein keine ahnung vielleicht nächste runde also solange sie nicht im widerstand befindet können sie nichts nützliches tun geh du mal in dieses eine feld was mir gehört du geh hierhin geben wird ein bisschen schwerer einzunehmen wird halt schwerer zum einnehmen sein haben dann doch mehr verteidigung als heliopolis ja hier bringt es mir nichts wenn ich flugzeuge baue weil die kommen nicht bis nach ägypten da waren wir doch lieber eine öffentliche schule und wir mit kupfer tatsache hier oh das ist schlecht als ihr heute gehören muss das heißt wir gehen hier mal in fernangriff und schießt die mal gehen einen schritt zurück und teilen uns hier produktion wählen tempel dann gleich amphitheater militärakademie burg wir haben jetzt so viele städte zum kontrollieren das ist echt krank ich weiß gar nicht was ich da jetzt überhaupt alles mache kaserne sind 1 2 3 sind vier felder deswegen bleiben wir noch hier aber noch nicht den fernangriff obwohl wenn die fernangriffe gemacht hätte hätte ich den zerstören können egal ich liefert euch den krieg erklärt geht zurück heil dich ich brauche all meine artillerieeinheiten und ihr seid schon geheilt greift diese schützen an was waren wir hier polizei wache machen wir kurz bereits schafft ja du nichts ja ordnung ok anscheinend hat auch montezuma ordnung genommen ich bin für rund noch bis sie ein runde lang ok bis zur heilung verschanzen open house bank universität ja komm ja komm bleibt noch hier immer nur produktion so aber auf was warte ich denn eigentlich gut jetzt muss sie muss noch die artillerie geheilt werden oh oh also ich weiß schon auf was ich warten wollte auf helipolist mit ich einkaufen kann da denn jetzt kaufe ich mir mal das gerichtsgebäude und dann kaufe ich mir weltkriegsbomber machen wir gleich 1 2 3 4 mal auch wenn es eigentlich ein bisschen unklug war in helipolis zu kaufen weil die haben jetzt noch keine kaserne oder so er kommt dann kaufen wir oder haben die kasernen nein kaserne waffenkammer militärakademie ja okay bauen wir in kolosseum oder eine bibliothek dann bauen wir hier stallungen so was hat den helipolis eigentlich für gebäude sondern wundern anscheinend nichts die meisten werden halt den themen sein ja dann gut ihr könnt noch auf den schießen so aber du wartest jetzt noch politik einführen was nehmen wir hier jetzt nicht wirklich so interessante sachen nehmen wir zufriedenheit für lokale natur von an lokale unter so nix der runde ja so ich würde sagen diese diese kamera geht mal hierhin so jetzt sieht er schon einiges aber nicht der ist aber weg vorher war da ja einer oder oder war der hier etwa na egal jetzt können wir schon mal beginnen anzugreifen anzugreifen so ja komm aber wir haben schon viel schaden bekommen auch der zweite der hat bekommt nicht so viel schaden jetzt habe ich mich gut verschaut wahrscheinlich ist es jetzt eben durch die stärke der stadt also der hat jetzt noch weniger schaden bekommen museum nächste runde ist mir egal wir sind mit extrem vielen im krieg das ist weil ägypten erhalt so viele verbündete hat hier ist einer ich muss aufpassen dass unsere kamelerie nicht zerstört wird zur sicherheit das wird heftig weltkriegsinfanterie hier durchschlängeln bis nach eben mit der weltkriegsinfanterie hier entlang so forschung wählen machen wir verbrennungsmotor ja fernangriff machen wir mal den weg auch mit den flugzeugen weil eine belagerungseinheit ist für andere belagerungseinheiten doch schon ziemlich heftig ist es nicht wo hatte gerade noch so überlebt so wer von denen ist stärker 50 gegen ich glaube schütze ist schwäche oder ja dann werde ich mit dem vierten bomber die kavallerie ein bisschen schwächen das habe ich zwar nicht einmal die stadt angegriffen aber ist egal dafür habe ich die einheiten hier dezimiert so du bist auch schon fertig du geh hier hin bring dich für fernangriff in stellung und kräft dann nichts von der halt die schützen jahren ok oder sie machen das ja dafür werde ich schon bald bezahlen ein obligatorischer spruch ne ablen die wollten wir jetzt gerade eine stadt antreten aber die nehme ich ja sowieso ein so die muss ich heilen gehen werde ich plündern und dann bis zur heilung verschanzen und so wieder einer der krieg will so ja für fernangriff wünscht ah verdammt egal gut dann machen wir weiter mit dem angriff okay städte aber du hältst dich jetzt mal städte angriff erst einflussreiche kultur ok also russland hat schon mal jemanden von seiner kultur überzeugt so nächste runde wird wahrscheinlich themen fallen ich hoffe er hat nun nicht ersetzt montezuma ich weiß nicht ob er hier eine belagerungseinheit hat ob er dann mir zuvorkommt das wäre echt blöd komm Arsenal und schon wieder fast in jeder runde muss ich irgendwo etwas bauen sagen wir mal ich vergebe euch noch möchte ich gegen katharina nicht kämpfen jetzt geht er ganz auf die kavalerie vier einheiten hat es gebraucht dass sie ihn zerstören so jetzt habe ich keine einzige nachhand feinheit und ich sehe sie jetzt auch nicht mehr boah entgegne ist in der nähe er kommt dann kaufen wir uns eine auch wenn es so jetzt blöd ist na egal wir können sie nicht angreifen wenn es wenn wir sie nicht sehen aber egal geht mal in bereitschaft bis zur heilung verschanzen ja bis zur heilung verschanzen auch die flugzeuge kommt er nicht durch überall muss gebaut werden offenes für fernangriffe schützen ok und gibt schon mal hier in drei runden dann obwohl pass auf geh hier hin auf die straße jetzt kann sich them natürlich wieder heilen hießen eine artillerie die artillerie die artillerie schaut schon mal blöd aus der hier we